Lege Distanz zurück, während du eine Schatzkarte hast. Also insgesamt müsst ihr 500 Meter Distanz mit einer Schatzkarte zurücklegen. Die Schatzkarte könnt ihr bei den 4 Piraten-NPCs um 300 Goldbahnen kaufen. Ich blende euch hier alle 4 Piraten ein. Ich würde euch empfehlen, hier bei Jack Sparrow zu landen. Kauft bei ihm die Schatzkarte. Geht dann aufs Schiff rüber. Klettert jetzt hier rechts rauf. Steigt in die Kanone rein. Riecht die Kanone ganz nach rechts. Ungefähr auf der Höhe von den Bäumen. Zielt dann ganz nach oben. Schießt euch weg. Wenn ihr hier auf dem Berg gelandet seid, habt ihr bereits 250 Meter zurückgelegt. Rennt einfach auf die Bergspitze rauf. Dann habt ihr die Aufgabe erledigt und oben findet ihr eine Sprungfläche.